Du bist der Nachtwächter eines gruseligen Museums und das Museum will gerade schließen, also sorge dafür, dass alle Gäste gehen. Und du bist auch nur ein Schädel. Ja, sorry. Wuh, habe ich mich erschreckt. So, Freunde, ab geht er. Raus jetzt hier. Es wird Zeit zu gehen. Keine Zeit für Bildung. Hey, die kommen ja mal wieder. Scheiß Geister, ey. Voll unhöflich hier. Was für schöne Musik. Das ist wirklich vollfetzig. Ja, ja. Geh nach Hause. So geil sind die Bilder nicht. Ja. Sind das überhaupt Geister? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wahrscheinlich aber schon. Weil die haben so merkwürdige Tentakelhände. Och Mann, jetzt geht doch mal. Bitte. Ich werde sonst gefeuert. Die nehmen mir sonst mein Käppi weg. Das Käppi und die Taschenlampe sind alles, was ich habe. Meine Frau wird mich verlassen. Sie wird jemanden suchen, der einen Unterkörper hat. Wie die auch eiskalt immer wieder kommen, ey. Ich glaube, die respektieren mich nicht. Zwisch ab. Einer noch. Komm, einer noch. Wir haben geschlossen. Juhu, wir haben es geschafft. Das war wirklich kurz. Okay, haben wir geschafft. Nightguard Steve. Tschüss. Wilson. Untertitelung des ZDF, 2020